Hallo, herzlich willkommen beim Kinder-Podcast Hörspaß, der Stadtbibliothek Baden-Baden, mit den Kindern Sophia und Jule aus der Grundschule Balk. Heute geht es bei unserem Interview echt tierisch zu. Mein Gast ist heute ein Tier, das es in vielen verschiedenen Farben und Größen gibt. Ich darf meinen Gast herzlich begrüßen. Er ist extra aus Rumänien angereist. Guten Tag, Frau Hündin. Schön, dass Sie uns heute im Studio der Stadtbibliothek besuchen. Herzlich willkommen. Guten Tag, danke für die Einladung. Meine erste Frage. Warum haben Sie so viele verschiedene Farben? Weil ich ein Mischling bin und kein Rassehund. Waren Sie schon mal so richtig traurig? Ja, bevor ich in eine wundervolle Familie gekommen bin, haben mich Tierschützer ins Tierheim gebracht. Wie haben Sie in Rumänien gelebt? Ich wurde ausgesetzt und war lange Zeit ein Strafenhund. Viel zu essen hatte ich nicht. Haben Sie schon mal Blödsinn gemacht? Ja, ich habe die Schuhe meiner Besitzer angeknabbert und leckerlich geklaut. Haben Sie einen Stammvater? Ja, der Wolf. Kennen Sie den größten Hund der Welt? Ja, einer Dogge bin ich schon mal begegnet. Wie kommt es dazu, dass sich Mischlinge und Rassenhunde gibt? Mischlinge gibt es, wenn sich zwei verschiedene Hunde paaren und reinrassige, wenn sich zwei gleiche Hunderassen paaren. Vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, gleichfalls.